Ich sitz hinten drauf, aufm Auto drauf Neben meinem Pool hat jemand Mais angebaut Mami ist so proud, auf ihren kleinen Lauf Ja, da wird sie ganze Raut und er macht den Körper klaus Sie drückt Brüste rauf, drei Ferge vorn im Haus Zeig mal auf die Cloud, der Key ist unter aller Sau Die Milch läuft so geil raus, findet Brutti auch Keiner hat an dich geglaubt, vielleicht lag's an diesem Sound Schau mal eine Milka Ziege, der Location Scout hat richtig geil geliefert In der Förderschule bin ich jetzt der Held Duckface ist schon süß, hat Mama mir erzählt Alter Rappers sind oft hart, doch die Gesten sind echt arg Und die Sache mit den Haaren hat mir nie jemand gesagt Freu mich jetzt echt schon mal auf den Moment in 10 Jahren Wenn sie das Video auskramen und alle fuck was du entspart Mama ist wohl ein Android Schau mal wie toll es mich verschiebt Seht ihr meine geile Lady hier Diese Porn, eher so Family Ess die Kelloggs auf, mach nochmal den Klaus Mutti zieht sich aus, klar ist Arsch geht weiter drauf Das ist ein Astronaut, bin im Pool und draußen auch Wieder aufm Auto drauf, erzählt's der Kamera doch auch Mama sagt ey schau, so sieht meine Vulva aus Du bist viel zu laut, Schweigefuchs vom Astronaut Rolf Zukowski Sound für den Grundschüler von MAU Und dann abstritten, spielen bis die Ziege richtig staunt Mein Telefon ist eine Flasche, Taschengeld ist in der Tasche Und ich zeige meinen Lappen, da muss Mama selber lachen Doch dann einfach weitermachen, zieh den Dater und sein Hassel Meine Pille tut nicht passen und jetzt werd ich immer blasser Spritz der Mama hinten drauf Was bin ich nur für ein Chaos? Die Kamera ist viel zu nah, ja die Effekte holen's raus Ja ich sprech mit meiner Frau Was ist los Schatz bist du sauer? Hey die Bilder sind jetzt aus, die Ideen auch Ich schwör es gibt keinen, der den Clip bis hierhin schaut Das ist Hip-Hop Sound, echter Hip-Hop Sound Richtig geil von Silbereisen, sein ist uns geklaut Meine Zeit ist now, geile Zeit ist now Boomer hat nen Tic-Tac-Ton, ihr habt meinen Sound Alle sind am Staun, wie kann man sowas bauen Ist das überhaupt legal und wer kauft dann dieses Kraun? Richtig geiler Sau Auf Auf stroh Die Auch esi Zahlen